Hey Freunde, was geht? Euer Wesard am Start und heute gibt es wieder Schizotalk ich habe mein Handy in der Hand, weil ich habe einen Kommentar gekriegt von der Frau MTO ist der Username das werde ich euch kurz vorlesen und dann werde ich auf das Gelesene eingehen finde deine Videos echt sehr nice vor allem, ach, vor allem weil du der Beweis bist dass Betroffene von Schizoprenie das auch selbst erkennen und was dagegen machen können ja, danke, dass du meine Videos schaust und auch fürs Abo und ja, danke einfach, danke einfach mal ich habe es zwar auch nicht gleich gehabt in der Schizoprenie aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man damit umgehen kann ist easy bin ich sogar dankbar dafür, dass ich es habe weil, wüsste, die Schizoprenie hat mich aus der Drogenwelt rausgebracht dafür bin ich sehr dankbar auf jeden Fall mich würde voll interessieren wann genau der Punkt bei dir war dass du bereit warst ach, ich habe das immer beim Lesen da schnallst du mein da schnallst du das halt als Gebiss irgendwie so hoch das geht mir voll am Sack sorry, dass ich das sagen muss aber, Entschuldigung, weiter geht's äh, mich würde voll interessieren wann genau der Punkt bei dir war dass du bereit warst zum Psychiater zu gehen und wie das abgelaufen ist ob dich deine Angehörigen begleitet haben oder ob du das alleine realisiert hast vor allem in diesen Hochphasen ist das eher unwahrscheinlich danke für deine Offenheit ist mega stark von dir danke liebe MTO auf jeden Fall es ist nicht leicht, dass man es selbst erkennt es gibt immer so Phasen, wo man sich denkt der, anscheinend bin ich schizophren, ich brauche Medikamente aber richtig realisiert, dass ich schizophren bin ich mein, ich hab's eh immer schon gewusst aber es ist halt so viel Scheiße passiert und ich hab auch viel Hochphasen wie es sie geschrieben hat gehabt und in der Hochphase scheißt auf alles du bist in deiner eigenen Welt ich hab's nach vier Jahren also 2019 war der letzte Schub und ja, ich hab's ich bin zwar quasi eingewiesen worden in Mauer von meinen Freunden und meiner Eltern die haben das sogar berat getrickst könnte man sagen da ich mit zum Arzt gefahren auf jeden Fall war das auch gut so und das Problem ist in der Psychiatrie waren nur Patienten da und die meisten dieser Patienten die haben ja auch psychische Erkrankungen sonst wären sie nicht in der Psychiatrie und die haben mich in den Gott-Sein Gott-Mode und die haben mich da einfach richtig brutal, sorry jetzt hab ich die ganze gesund gehabt auf jeden Fall die haben mich da richtig verstärkt an meinen Schizophrenie verstärkt also ich hab mich dann besser benommen in der Psychiatrie die haben mich ja niedergespritzt weil ich ein bisschen ungut war sagen wir mal ungut und richtig realisiert die Schizophrenie hat bei mir dann schon sowas Unmögliches gemacht was nicht wahr geworden ist ich hab quasi die Schizophrenie getestet könnte man sagen und da hab ich dann realisiert dass das nicht echt ist das weil bei meinem letzten Schub haben sich alle die ganze Schizophrenie hat sich wieder komplett aufgesammelt hat sich alles wieder komplett logisch angehabt es war alles bestimmt und so auf jeden Fall war ich das nicht sie hat nicht liefern können quasi das was versprochen hat und außerdem hab ich dann noch einen Realitätsverlust gehabt die ganze Welt hat es komisch ausgeschaut also in meinem Leben die Sichtweise das Visuelle das hat so künstlich ausgeschaut und so ein Realitätsverlust war es halt und da hab ich beschlossen dass ich wieder Medikamente nehme und mir Hilfe suche ich hab zu immer wieder Hilfe gehabt aber das einzige was man wirklich bei einer Schizophrenie nie 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 niemals machen darf sind Drogen nehmen schon gar keine Psychoaktiven die schlecht sind fürs Skin ich meine jetzt Cannabis zum Beispiel aber noch schlimmer ist Ketamin merkt euch das da haut euch die Psychose raus ich meine bei gesunden Leuten wahrscheinlich nicht aber die können auch dadurch psychotisch werden auf jeden Fall bin ich selber drauf gekommen eigentlich mit Unterstützung und anderen ich hab da nochmal nachgedacht darüber was eigentlich alles passiert ist und hab mich auch viel schlecht gefühlt dass passiert ist ich geb mir nicht die Schuld weil ich psychotisch war einfach komplett auch wenn es quasi meine Schuld war weil ich Drogen genommen hab darum bin ich also drogenfrei und jo dein Angehöriger MTO ich weiß nicht es ist schwierig man muss auch selber drauf kommen aber am besten vielleicht sieht er das Video oder sie und man soll einfach ein bisschen ich weiß nicht ob man herausfordernd sagen kann aber man kann der Schizophrenie nicht alles glauben es passiert das meiste was von mir aus geht nicht ja hm ok ok ja wie schon gesagt ich bin selber drauf gekommen auch durch Unterstützung von anderen das war auch sehr wichtig aber wie schon gesagt in der Hochphase hat man nicht einmal der Psychiatrie geholfen weil die Patienten werden noch mehr getriggert haben jo hey es ist schwierig es ist einmal schwierig ich hab mir eh schon gedacht dass ich da nicht wirklich helfen kann wahrscheinlich bei dem Thema weil es einfach wirklich eine komplizierte Krankheit ist und für den Patienten der Patienten ganz besonders in den Hochphase so wie es was ich gesagt habe das ist das schwer und das ist wirklich schwer aber wahrscheinlich macht in meiner Psychos haben immer so Versprechungen gemacht und die sind nie passiert es ist im Prinzip ja es ist so schwierig das Thema Leute ich weiß nicht wo ich das jetzt sagen soll ich hoffe ich hab dir irgendwie helfen können ich hoffe ich hab dir das interessant gefunden wenn ja lasst ein Abo und ein Like da bitte schreibt es in die Kommentare ob es verständlich war halbwegs weil es ist eben verdammt schwierig mehr kann ich dir sogar nicht sagen wenn ich dir nicht helfen kann tut es mir leid aber ja es ist das ist ein verdammt schwieriges Thema wie man das realisiert ich hab vier Jahre gebraucht und das hat sich immer so mitgeschliefen natürlich hab ich jetzt auch noch psychotische Momente könnte man sagen aber ich weiß dass es nicht real ist ich man muss das ein bisschen kritisch betrachten die Schizophrenie das ist die erzählen einem viel und dann im Nachhinein wenn man darüber nachdenkt was schon mal versprochen hat oder was man erlebt hat und das ist noch eingetroffen so checkt man es am besten wenn ich aber ich mach das Video schon so lange ich weiß echt nicht ob ich euch helfen hab können vielleicht hoffentlich habt ihr es interessant gefunden oh Shisha ok liebe Leute ich lass das Video ich lass das jetzt so stehen weil ja ich weiß nichts mehr dazu sorry auf jeden Fall ich wünsche euch eine wunderschöne Woche ich hoffe ich hab dir helfen können MTO und deinen Angehörigen und vielleicht sieh da selber das Video schwierig auf jeden Fall haut rein liebe Leute genießt die Woche und Peace out